In den letzten drei, vier Jahren gab es eine große Goldgräberstimmung in der Elektromobilität. Wir blicken heute auf die aktuellen Startups und ihre Probleme, aber auch die etablierten Autobauer und Tesla. Denn die Profitabilität lässt nach und Tesla könnte somit eher in die Richtung gehen, wo andere Autobauer, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, dich auch derzeit befinden. Als allererstes blicken wir aber mal auf die aktuellen Startups. Und wenn du noch dabei bist, lass gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und wir beginnen mit Rivian. 11,5 Milliarden an Wert, aber 5,5 Milliarden Verlust. Das ist wirklich Wahnsinn für ein gesamtes Jahr. NIO hingegen liefert nicht nur 55.800 Fahrzeuge wie Rivian aus, ist fast genauso viel wert, hat aber schon Auslieferungen von 159.000 und macht um einiges weniger Verlust. Polestar mit 1,7 Milliarden, je nachdem wie die Aktie dann mal läuft. Und 50.000 Auslieferungen und einem Umsatz von 2,8 Milliarden ist tatsächlich noch am nächsten dran, wenn es um die Profitabilität geht. Wo Startups darum kämpfen, in die Profitabilität zu kommen, so ist es bei etablierten Autobauern, und da muss man dann Tesla schon fast dazu zählen, als Unternehmen, welches hier die Elektromobilität wirklich erstmal vorangebracht hat. So kann man hier sehen, dass bei vielen Unternehmen die Profitabilität auch zurückgeht. Wir schauen uns mal jetzt einige Beispiele an. Wir haben als allererstes zum Beispiel mal Porsche, die waren mal bei 18,8 Prozent, zwischenzeitlich sogar 19,3, jetzt im ersten Quartal 2024 bei 14,8. Dann haben wir Tesla, du siehst es in der Mitte, 13, 14, 15, 19, 14,6, 17 Prozent, 16,4. Davon sind wir weit entfernt, das waren die Hochzeiten im Jahr 2022 und jetzt sind wir inzwischen bei 7,3 im ersten Quartal. Wenn wir uns jetzt die Rabatte für die Bestandsfahrzeuge anschauen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob diese 7,3 Prozent, und da auch nochmal der Punkt, Ich glaube, Tesla geht hier schon ans Limit, ob diese 7,3 Prozent noch zu halten sind. Natürlich, Zinsen kann man noch reduzieren, man könnte jetzt auch noch sagen, ich kaufe mir erst ein Model Y, wenn es bei 35.000 Euro ist, aber bei den 7,3 Prozent sehen wir das schon mal ganz gut und natürlich hat Tesla den Vorteil, dass der Energiesektor inzwischen auch Profite macht, aber sie tragen eben halt noch nicht so stark zum gesamten Profitbild bei. Okay, das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Dann wird Tesla noch unabhängiger sein von den Profiten im Autosektor. Wir sehen aber zum Beispiel auch die VW-Gruppe. Die VW-Gruppe liegt bei 6,9 Prozent und das ist jetzt der gesamte Konzern, also alle Marken, die da drunter fallen. Auch Audi zum Beispiel mit 7,1 ist noch unter Tesla und Audi sieht sich ja doch eher im Premium-Bereich, da kann man natürlich drüber streiten. Wir haben jetzt noch BMW und natürlich Mercedes. Die oben lagen, die sind natürlich jetzt nicht mehr erreichbar für Tesla. Das ist aber auch nochmal eine andere Liga, in der Tesla ja eigentlich nur mit dem Model S und Model X spielen will und nicht mit dem Model Y und Model 3. Und hier hast du nochmal einen guten Überblick über die Profitabilität bei den chinesischen Autobauern und wir haben ja auch gerade über NIO, Rivian, Winfast, Lucid und Fisker gesprochen, auch in anderen Videos. Und du siehst, Fisker, das Thema ist durch. Lucid, minus 394 Prozent, das ist nicht mehr lange auszuhalten, solange nicht Saudi-Arabien da noch weiter Geld reinfließen lässt. Winfast bei minus 200 Prozent, auch da gibt es schon große Probleme. Rivian mit 120 Prozent hört sich dann schon fast gut an, ist aber immer noch katastrophal, genauso wie NIO mit minus 52 Prozent. Wir sehen also hier auch eine Bereinigung des Marktes und da bin ich mir ziemlich sicher, es wird einige Namen geben, die bald nicht mehr auf dieser Liste stehen. Das ist aber ganz normal und so entwickelt sich eben halt ein Markt, erst Goldgräberstimmung und dann die Bereinigung und dann gehen führende Unternehmen aus dieser ganzen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, dann auch stärker raus. Hoffentlich geht auch Tesla bald stärker raus. Am 13. Juni findet dann jetzt endlich das Enos Stockholder Meeting statt. Da wird es auch diese große Abstimmung geben und wir können einfach nur hoffen, dass Ruhe einkehrt bei Tesla, nachdem dann diese Abstimmung stattgefunden hat und dann auch endlich sich wieder auf die tatsächlichen wichtigen Dinge fokussiert wird. Und dann wird man sehen, was in diesem Jahr noch so alles passiert. Wir haben ja einerseits noch das Event, wo wir vielleicht das Robo-Taxi oder einen zukünftigen Kompaktwagen sehen. Das wird ja noch dieses Jahr passieren, aber bis dato ist alles im Zeichen von Rabatten. Jetzt haben wir zum Beispiel in Großbritannien die 15.000 Meilen, die du Supercharger mäßig kostenlos dazu bekommst, wenn du jetzt ein Model Y dir kaufst. Wichtig dabei ist immer, wenn ihr solch ein Angebot bekommt, guckt nochmal in die Details rein. Tesla ändert das ja auch ab und zu. Wie lange habt ihr überhaupt Zeit, diese 15.000 Meilen abzufahren? Das ist nämlich immer noch dieser kleine Trick dahinter. Da würdet ihr ganz schnell dann darauf kommen, dass es manchmal nur sechs Monate sind. Manchmal ist es ein Jahr. Also da müsst ihr ganz, ganz dringend drauf schauen. Solltet ihr in Deutschland nochmal solch ein Angebot erhalten, ist das ein wichtiger Aspekt, den ihr bedenken müsst. Ja, beim Tesla Model 3, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, wir sprechen jetzt ja vom Highland seit letztem Jahr. Da gab es dann die 1600 und die 1900 Fahrzeuge im Oktober und November. Bereits im Dezember ging es dann runter und bis auf 492 Fahrzeuge, muss man einfach sagen, das sind keine guten Zahlen. Für ein Fahrzeug, welches ja modern ist, neueste Technik hat und eigentlich ja dann jetzt immer mehr steigende Sales haben sollte. Aber da liegt das Problem mit den Zinsen. Das hatten wir ja schon sehr oft thematisiert. Im März beziehungsweise dann auch im Mai, jetzt hier mit 710, ging es dann wieder leicht nach oben. Vielleicht ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, aber warten wir mal ab, wie das am Ende des Jahres dann ausschaut. Auf jeden Fall ist es noch nicht der große Durchbruch. Ja, dann wollte ich noch euch eine Umfrage teilen, an der haben 862 Leute bei Tesla Newswire mit dran teilgenommen. Hier geht es um die Frage, do you prefer Standard Park Assist or Tesla Vision Park Assist? Ja, Tesla Vision, viele sind ja nicht so ein großer Fan davon. Manche finden es cool. 58% sagen Tesla Vision. Natürlich kann es sein, dass du ein Auto fährst, welches ja jetzt noch ganz normal mit den Sensoren arbeitet und dann sagst du, okay, da bin ich auch zufrieden. Ich will kein Tesla Vision haben. Ja, aber es sieht so aus, dass die Leute, die jetzt mit Tesla Vision fahren, doch eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht haben. Und viele Leute, die sich ein Tesla gekauft haben, haben ja meistens auch schon ein Tesla davor gefahren. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Vergleich zu der Sensoren-Thematik. Das ist natürlich jetzt mit 862 Leuten, die abgestimmt haben, nicht so aussagekräftig, aber ich finde den Trend doch schon mal sehr interessant. Und natürlich bist du auch gefragt hier. Lass doch gerne einfach mal ein Abo da, beziehungsweise Feedback zum Thema Tesla Vision, wie du darüber denkst. Ich freue mich drauf, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Es hat mich gefreut, dass du wieder hier warst und wir hören uns morgen wieder. Bis dann und tschüss.